Ist ja nicht nur, dass Menschen mit Vandalismus zu tun haben, auch die Gegenstände, die hier ringsherum stehen, kann man ja kaputt machen. Die geben zum Teil mehr Punkte als so ein Auto. Oh, Panzer. Oh, Meilenwald daneben und Treffig war's schnö. Opa, Lauf. Hast du irgendein Problem, Junge? Wenn ich mich anstrengen kann ich sogar Gold schaffen. Ich werde ich mich anstrengen. Na bitte, schon abgeschlossen Wollen wir nur Gold haben Na bitte Da scheint auch gar keinen zu interessieren, dass wir die ganze Zeit irgendwas töten This is your new home Okay, this is it One more program to insert into the system and the area will work nicely Just keep things safe while they upload Okay, nach da hinten sollen wir Dann flatter ich da mal kurz hin Ach, wieder ein Virus injizieren, okay Im Prinzip können wir uns einfach auf ein Hochhaus stellen Oder allgemein auf ein Haus stellen Und dann einfach alles von oben niederballern So kommen nämlich die Nahkampfer nicht an uns ran Am besten immer dazu die Pistolen, so ein bisschen Snipern Aber hier kommt gerade im Moment überhaupt nichts Weil wir jetzt nämlich gestartet haben Oh Oh, das war voll in die Eier Alter Der überfährt uns einfach Was soll denn das Das macht man doch nicht So, warten wir mal kurz ab Jetzt holen wir erstmal noch die Flinte raus Die gute Alter, wir haben den im Kopf geballert Der Der ist ja den überhaupt nicht interessiert Na dann schieß ruhig mal Ich warte hier oben so lange So, wie viele Kills brauchen wir noch Zwei Oh, jetzt habe ich hier eine Kettenreaktion versichtlich ausgelöst Naja Was Oh, das gefällt mir nicht Besonders nicht die Leute mit Schild Die gefällt mir ganz und gar nicht Ja, wo seid ihr? Was ist so ein Dirt Devil? Oh, da liegt Geld Na Oh, schade Niemals weiter gestorben Willst du mich verarschen? Jetzt ist aber eine Pumpe hier Wer schießt denn hier auf mich? Ach, da hinten steht noch jener So, einen noch Na, kommt raus Geld Leben Und jeder mit Gewaffenliegen hier rum Zumindest sieht es so aus Oh Ich denke, das sollte funktionieren Stopp und ich gebe dir das Upgrade 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 Alter, nur ein Schuss im Kopf Greif die mich einfach an Ja So Dann gehen wir halt wieder zu Kinsey zurück Okay, das sollte mir besser Neue Aufgabe, Drücke Tabulator. Anordnung des Präsidenten. Du bist hier an diesem Jammer in Camp David, oder? Diesmal, okay. Für Überattentat aufs Beinzählige, okay. Ja, ist ja gut. So, Upgrades. Was können wir denn jetzt Neues machen? Pistolen können wir mal machen, aber das haben wir da nicht, okay. Munition, Sprengwaffen, das ist auch nicht schlecht. Und dass wir mehr Munition für Raketen mehr vertragen können. Boni, Wagelterhöhung ist schon noch gut. Aber was wir das eigentlich machen, ist eigentlich egal. So, Fähigkeit Taschendiebstahl, das ist nicht schlecht. Einfach Passanten anrempeln. So, Aska, ja. Gelöschte Simulationen lassen wir gewagelt fallen. Boah, noch zwei Upgrades in der Bandenfähigkeit. So, Gesundheitsupgrade und so ein Upgrade. So, Kräfte haben wir. So, was haben wir denn hier? Sprunghöhe 3. Da brauchen wir 30 Daten für. So, hier haben wir im Moment nichts. Halt. Den Blast können wir ja mal upgraden. Und zwar aufladen. Lädt sich schneller wieder auf. So, Buggles. Yeah. So, Auftrag haben wir ja angenommen. Dann gehen wir wieder zurück in die Simulation. Ähm, so, na gut, wir können ja auch mal sowieso noch hier raus. Oh, hier ist ein Tattoo-Studio. Wo ist denn der Eingang? Warum können die nicht hacken? Na gut, egal. Dann töten wir halt. Nee, hier rennen wir nur vorbei. Ach, da hinten noch über... Na toll. Hey, was schießt denn hier auf mich? Was soll denn das? Denk doch mal an meine Gefühle. Ja, so ein Hotspot ist ja auch noch gleich in der Nähe. Den muss ich jetzt nicht haben. So, aber zuvor nehme ich erstmal wieder meinen schicken Hockey-Schläger. Oh, Mann, do I really? Schnauze. Sonst kriegst du was auf den Kopf. Aber sicherlich kein Haargel. Alter, warum kann der denn sowas? Ich hab das Ziel eliminiert. Warum machen jetzt immer noch alle Jagd auf mich? Besättige die Zinn-Truppen, okay. Das ist doch schmerzhaft aus. Da, der goldene Schnatz. Ah, was denn? Na gut, soll mir egal sein. Ach, nicht mehr über die scheiß Brücke. Natürlich landen wir erstmal voll daneben. Gucken wir mal, wo sind wir anfangen. Oder gucken wir erstmal wo. Genau so kann man es natürlich auch machen. Woo! Das war's für heute.